Es ist sicher ein Netzwerk, einen coolen Austausch, das man hat. Das Marketing natürlich auch, das man weiterentwickeln kann. Man trifft immer Leute, die man noch nicht kennt. Leute, die einen weiterbringen. Und das ist für mich eigentlich das Coole an diesem Ganzen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, sorry, das ist der Publikumspreis. Und ich meine, unsere Gäste sind wichtig in der Gastronomie und dementsprechend ist Best of Swiss Gastro einfach unempärlich mittlerweile und es gehört einfach dazu, zum guten Ton und ein bisschen.